Oh Gott! Nein! Nicht weiter! Ah, ich will nicht! Dieses Spiel! Es hasst mich inzwischen! Ich hab das Gefühl, in jeder Sekunde will es mich noch mehr töten, als ob es das jetzt gerade eh schon will! Ey, was war das jetzt? Okay. Du erledigst dich wieder selber. Und... Was zur Hölle? Ah... Nein! Nein! Ich will doch nur einen Treffer mehr aushalten können, als gerade das. Müsste doch schon reichen. Danke. Du nicht. Und... Hoch da, komm! Spring! Spring weiter! Hoch und... So. Mal sehen, wir haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Achteinhalb... Macht... Sieben Treffer. Oder? Oh mein Gott, ich kann nicht mal mehr in Ruhe rechnen. Das sind wahrscheinlich viel weniger als sieben. Aber... Doch, das wird uns bestimmt irgendwie den Kopf kosten oder aufhalten, aber... Das sieht doch gerade echt noch... Nein! Nein! Das sieht doch mal ausreichend! Man kann ja auch nicht stehen bleiben, weil da die Spitze kommt. Holla, die Walde! Das waren vier... Das war... War das ein Treffer? Ja... Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall... Sah das Ganze ziemlich... Oh! Hoch! Glücklich aus! Okay, das heißt, in dieser Schwierigkeit halten die Bosse verdammt noch mal einiges mehr aus, als sie eigentlich sollten. Ähm... Ja, wir sind zu drück zu den... Drei Treffern, die auch schon vorher und beim Boss davor und beim Boss davor vorherrschen. Das heißt... Dieses Spiel will mich tot sehen. Das... Au! Will mich tot sehen! Ach, das gönne ich dir nicht. Nein! Ich mach dich platt! Gut, das dürfte dann wohl wieder gewesen... Oh mein Gott! Oh! Level zwei geschafft! So, halten wir fest! Wir haben... Zwei Continues gebraucht. Haben noch zwei übrig... Und müssen damit... Drei Level schaffen. D. Ich hab nichts anderes erwartet, ich bin grad einfach froh, das Ganze überstanden zu haben. Okay. Was... Oh! Oh! Krieg ich nicht mal eine Sekunde Ruhe! Eine Sekunde! Das... Das reicht mir! Ah! Schon! Nein, da bin ich nicht... Kann ich nicht! Da hab ich... Gott! Ja, sterb einfach, sterb! Und durch! Ich seh's jetzt schon! Ich schaff das nicht! Das ist einfach... Unheimlich schwer! Es ist richtig schwer! Es ist richtig schwer! Und... Nicht mal mehr das Gute schwer, sondern das... Verdammt nochmal! Ich hasse dieses Spiel, weil ich's einfach nicht schaffe schwer! Naja... Und... Da kommen solche Fehler dazu und... Ah! So! Element-Taktik! In der Ecke stehen und feuern! Blalala! Ah! Verdammt! Wieso... habe ich nur ja gesagt, wie ist... ich hätte einfach... bei meiner... bei meinem... bei meinem Entschluss... bei meinem Entschluss bleiben sollen! Nein, kein Super-Schwer-Modus, aber nein. Super, jetzt kann man nicht mal mehr die Feuer blocken, die sind grün. Aber nein, ich muss dir unbedingt mir und euch beweisen, dass ich das nicht kann. Leben, nein, nicht. Och, ich bin fertig, jetzt schon. Und das Spiel dauert noch ein wenig. Ich habe gerade nicht mal verahnt, ob ich das überstehe, ja, erledigen will ich erst mal. Komm, ob ich das überstehe, denn jetzt kommt ein Boss. Juhu. Und welche Überraschung, man kann seine Angriffen nicht mehr blocken und... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Verdammt damit. Funk sei der gewiss, ich finde ein Spiel, das dich so an die Grenzen bringen wird. Die Feuern. Die Viecher feuern. Jetzt wird's unfair. Also, ich renn direkt rein, klasse. Ähm. Ähm. Ich finde ein Spiel, das wird dich so fertig machen. Du wirst... ...tagelang nichts mehr spielen wollen und... ...wenn's... ...das Letzte ist, was ich tue, ich werde so ein Spiel finden. Nur für dich, ganz ehrlich. Das hier ist grausam. Au. Drei Bosse und dieses lustige Teil mit dem Bambus und wir haben einen halben Lebenspunkt. Hey. Natürlich. Kein... Oh mein Gott. Und... ...kein Problem, wollte ich gerade sagen, aber... ...so wie das gerade aussieht, doch ziemlich groß das Problem. Ducken. Hey. Einen geschafft. Zwei kommen noch. Und äh... Oh nein. Nein, 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 nein. Tu mir das nicht an, Spiel. Tu mir das nicht an. Hilfe. Hoch. Hoch. Hä. Nein. Idiot. 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 Zwei Continuous. Ähm... So, jetzt aber, komm schon, komm schon, lauf. Lauf, schneller, komm, nein, weg, weg, ich, nein, ich mag nicht. Hilfe und... Ach, verdammter Mitz, das ist mir gerade eigentlich auch so egal, ich will hier einfach nur durch irgendwie und leben. Ja, leben, das wäre schön. Boss. Wie soll ich dich denn schaffen? Ganz ehrlich. Du bist doch so schon... Was zur Hölle? Was zur Hölle ist denn der? Wieso zieht die so an? Oh mein Herr, ich will nicht zu früh etwas sagen, aber irgendwie wirkt das Ganze gerade doch noch wenig. Na, wenn der Angriff da nicht wäre, würde das Ganze vielleicht sogar noch machbar sein, wenn ich nicht so ein Idiot wäre. So. Komm schon. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Ich kann das, ich kann das. Ich kann das, ich kann das nicht, doch, oder? Ach, ich weiß nicht, ich bin fertig. Nein. Nein. Bleib auf dem Rad, ganz ehrlich, komm. Nein. Wow, getroffen durch Lag. Das ist jetzt klasse, wenn das Spiel schon nicht schwer genug ist, dann... Nein. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Jawohl. Erleichterung, Freude, Euphorie, was auch immer. Geschafft. So. Level 3. 2 noch. Hm. Ja, wieder D. Egal. Pause, ganz ehrlich. Ich kann das nicht. Ich brauche Ruhe. Einen Moment, dann bin ich wieder da.